Es geht um die richtige Höhe. Um den Motor, der dich in der Luft hält. Wenn man die richtige Stabilität gefunden hat, geht alles wie von selbst. Es geht um das richtige Brücken der Knöpfe. Es geht um die richtige Koordination. Wie bei meinem Job bei den Wiener Linien. Mit den richtigen Kollegen fliegt es sich gleich viel besser. All das geht nicht ohne mein Ding.